Hallo Onki! Hier, siehst du die weiße Flagge? Ich will verhandeln! Du hast doofe Ohren! Verhandeln? Ich beleidige, du bist dukt! Hier, ich muss diesen Text für die Schule bis morgen ins Französische übersetzt haben. Ja, dann geh schnell nach Hause und fang an! Du musst mir helfen. Aber dann gehst du schnell nach Hause, ja? So, ähm, du, der du kommst aus deinem Land, äh, äh, du, qui, tu, viens, de tonnation! De tonnation... Das ist perfide!